So, da hab ich mir mal im Let's Play Silent Hill Schatten Memories. Im letzten Teil sind wir angekommen und sollten uns eine wunderschöne Nachricht anhören. Und das klinge alles andere als erfreulich. Naja. Dann sehen wir uns doch mal um hier. Vielleicht finden wir noch etwas Interessantes. Kannst du nicht rüberklappern? Schade. Hinten muss da noch irgendwo was sein. Nicht? Öffnen. Oh nein, wir sind schon wieder. Was ist denn in dem Kühlschrank drin? Mein perfektes Plastikmädchen. Ach du Schande. Was war denn daran bitte? Perfekt. So, irgendwo hier muss es sein. Hier nicht. Der Schal. Eine Nachricht. Kurz, Moment. So, da bin ich wieder. Spielfortsatz. Wirklich Spiel. Was zum Ansehen. Mann, das war furchtbar. Wieso hat mir niemand gesagt, dass Rick Todesbester... Todesbester... Todesbester Freund war. Jetzt geht... Jetzt geht dieser Witz schon durch die ganze Schule. Äh... Was für ein Witz? Im Ernst? Was für ein Witz? Wo ist denn dein letzter Witz, bitte? Ach, ich habe mich tot gelacht. Okay. Moment mal. Das ist doch die Grinsekatze, oder? Tatsächlich. Der Hutmacher. Ach, du Schande. Was ist hier? Nichts? Wo komme ich hier rein? Sind wir irgendwo oben? Okay. Spring! Benutzen. Ah. Gefunden. Auf ewig... Erstickt. Was ist denn das? Eine Ameise? Eine Spinne? Ach. Ja, ich will es jetzt gar nicht weiter sehen, sonst ekelt es mich jetzt dann gleich. Boah. Boah. Ekelhaft. Die finden das wohl alle lustig hier, oder wie? Oh. Das sieht interessant aus. Die hat eine Maske auf. Das war gleich wie ein Schmetterling. Alles klar. Noch mehr Schmetterling. Aber eine andere Frau. Sind das Bilder, oder? Ist das alles gemahlen? Oh. Gut. Guck dir das mal an. Das sieht fast so aus wie... Ja. Wie die Spinne einfach. Okay. Was bist du? So, erst mal speichern. Komm, speicher. 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 Zöpfe. Was? Du scheiße. Äh. Du verdammte. Je. Guck mal, Harry. Wah. Achso. Interessant. Lauter Schmetterlinge. Ich habe mich erschrocken. Er hat sich erschrocken, was ich selber gesehen hat. Ist ja lustig. Irgendwer hat zu den Fotos gar nichts zu sagen, oder? Ach, komm schon, Harry. Harry, komm schon. Komm schon, du hast doch was dazu zu sagen. Ich bleib mal ein bisschen stet. Vielleicht hat er dann irgendwas. Aber sie wollen nicht so aus. Okay. Dann benutzen wir doch mal diese Tür. Noch einmal eine. Wow. Ganz in Rot getränkt. Wurde ich ganz in den Fall, was? Ich finde, das sieht alles so gemahlen aus. Sind das wirklich, also so echte Menschen wären und die sind alle so gemahlen. Tarif und Buchungen. Tarif und Buchungen. Tarife. 5, 4, 7, 7. 5, 5, 5, 5, 4, 7, 7. Jetzt bin ich gespannt. Club. Okay, dabei gehe ich schon mal weiter ein bisschen. Mhm. Aha. Ach, du Schade. Ich rufe gerade bei einem Puff an. Ach, du Schade. Ich habe gerade ernsthaft bei einem Puff angerufen. Ich liebe es, die Kamera, die Taschenlampe immer wieder anzumachen. Moment mal. Wenn das da ein Weg war, dann muss ich ja irgendwie anders hin. Irgendwo anders lang. Okay. Hier geht es aber nicht mehr lang. Also, wieder rein. Also, das heißt, ich könnte diese Frauen bei euch buchen, oder was? Ach, du Schade. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Jeder liebt alle Kinder. Alles klar, Hedwie. Äh, Hedwie. Scheiße. Sprung. Ja, hier wollen wir uns eigentlich auch schroten, ne? Gehen wir mal runter. Hier klingt es immer so, wenn ich mit dem Telefon klingeln würde, oder so ähnlich. Hä? Also, irgendwo muss ich doch lang jetzt hier, ne? Aber hier komm ich ja nur wieder zur HX und da komm ich ja her. Ähm. 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 Hm. Hm. Oh mein Gott. Okay. Gucken wir mal. Nee. Hier gibt's eigentlich nichts weiter. Okay, Moment. Hier komm ich wirklich her. Nee. Durch die Tür. Durch diese Tür. Wo lang? Wo muss ich lang? Hm. Diese Tür ist nicht zu gebrauchen. Im Wonderland waren wir jetzt schon drin. Hm. Über den Zaun, bitte. Nee, hier ist ebenfalls nichts. Was ist das? Nee, hier sind die wahrscheinlich doch schon mal gewesen. Vielleicht da hinten irgendwo etwas Interessantes? Was ist das? Puh. Ich habe keine Ahnung wo lang. Das ist mal ganz im Ernst. Huh. Ja, aber es wird jetzt schon hinter uns jetzt hier. Ach. Gibt's doch nicht. Wo muss ich lang? Ach so, hier gibt's noch eine zweite Tür. Ach so, hier gibt's noch eine zweite Tür. Ich wollte mir das Schild hier anschauen. Okay, was auch aber. Durch die Tür. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Klatsch jetzt rüber. Irgendwo hier ist mir da ein Startsignal. Hier erscheint nicht. Dann ist es dieses Auto. Zöpfe. Zöpfe. Hey, das kleine Prinzessin. Alles klar. Du verdammte. Bist du fertig? Hast du zogen? Keine. Okay. Warum mache ich das jetzt eigentlich aus? So. Wo geht's jetzt hier rein? Irgendwo muss ich jetzt hier rein, ne? Hä? Das war mal eine Tür. Hier. Wo guckst du hin? Hm. Ne, da komm ich ja her. Was ist da irgendwo eine Tür geben? Mitwächst. Bäh. Mitwächst Highschool. Fünf. Eins, zwei. Highschool. Mitwächst Highschool. Fünf. Fünf. Eins, zwei, zwei. Anrufen. Yay. Wählen. Fünf, fünf, fünf. Ähm. Fünf, 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 fünf. Fünf. Eins, zwei, zwei. Okay. Mh. 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 Was? Was hat er jetzt gesagt? Näh, bla bla. Moment. Was auch immer, der da gesagt hat. Ich versteh's nicht. Nee. Okay, aber irgendwo... ...müsste es doch hierzu weitergehen, oder? Ah, versteh schon. Da muss ich nur über das Fenster reinklettern. Ja, tatsächlich. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. Klettern. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Tür. Okay. Ja, ich weiß, er hat es schon links vorbei. Aber Moment. Wieder was zum Knipsen. Okay, Moment. Moment. Moment, wir geben uns mal da zurück. Speichern. Oh, Speyer, bitte schneller. Komm. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Lalala. Wirbelspiel, nicht schon wieder. Anhören. Ähm. Oh, Baby. Ach, du Scheiße. Die hatten also Verkehr, sozusagen. Und sie hat ihn unter sechs getötet? Ach, du Schande, ne? Ist ja gruselig. Schutz des Himmels. Ja, wenn man einer Religion angehören würde, auf jeden Fall. Aber so eher nicht. Ach, du Schande. Okay. Durch die Tür. Hi. Okay. Noch irgendwas ist hier. Oder auch nicht. Gut, ich würde sagen... Was? Eine neue Nummer? Weiß ist am Zug. Matt in zwei Zügen. Kommt in den Schachklub. Nein. Alles klar. Okay. Wir speichern jetzt hier. Nein. Speichern, habe ich gesagt. Speicher schneller. Wie, das immer Ewigkeiten braucht zum Speichern. Okay, Leute. Wir sehen uns. Halt, stopp. Ich wollte euch noch das Foto zeigen. Liddaten. Ja, es ist eindeutig ein Kerl. Okay. Aber jetzt. Jetzt wirklich. Wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ja, ich bin gelieb. Vielen Dank.